Hoi, ich bin Julia und ich bin von der Abteilung Scha. Wir haben heute zuerst den Vortreffen von Cembre. Ich freue mich bei Cembre besonders darauf, dass ich neue Lübkühler werde. Hoi, ich bin Anna, ich komme von der Abteilung Muha. Heute ist der Informationstag, so wie der ersten Kennenlern-Tag. Wir machen heute auch die Patrouille für Cembre zu 2019. Und was freust du dich bei Cembre? Neue Kulturen von anderen Ländern kennenlernen. Auch die Kulturen von denen, was sie so machen oder nicht machen. Auf der ganzen Welt sind alle Patrouille ein bisschen anders. Darauf freue ich mich voll. Als Türlerwechsel und sowas.